Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Nachdem gestern die Brutus Besprechung Challenges rausgekommen sind der Woche 2, kommen jetzt auch die Woche 2 Challenges Tab Deadpool Aufgaben raus, die man am Ende glaube ich braucht, um den Deadpool Skin freizuschalten. Sind auch wieder relativ easy, man muss nicht mal in irgendeine Runde reingehen, sondern das Ganze kann man hier im Hauptquartier machen. Falls ihr nicht wisst, wo man das Ganze hier findet, das befindet sich dort rechts in diesem Lüftungsschacht. Wenn ihr auf Battle Pass klickt, einmal einfach drauf und dann findet ihr auf der rechten Seite so einen Computer. Und die Woche 1 Challenges sind auch relativ easy. Hier müsst ihr einmal den Brief an Epic anklicken und dann einmal dem Busfahrer einfach nicht danken. Das heißt einfach in den Bus springen und dann immer draus gehen, ohne dass ihr dem Busfahrer dankt. Ist relativ easy. Für die Woche 2 müssen wir jetzt Deadpool zur Milchverpackung finden. Die befindet sich hier auch in dem kleinen Kämmerchen und zwar auf der linken Seite. Da einfach einmal raufklicken, dann habt ihr das. Und by the way, dieses Kämmerchen updatet sich auch jede Woche mit den Challenges. Dann ist die zweite Challenge, finde Deadpools Chimichangas beim Hauptquartier. Ich habe jetzt schon ein paar eingesammelt, deshalb könnt ihr nicht alle sehen. Aber der erste befindet sich hier rechts neben dem Kaboom-Gefäß. Danach müsst ihr in den Upgrade-Tresor. Dann ist hier rechts neben der Mütze und Chimichanga sind auch wieder diese Deadpool-Zeichen. Das heißt relativ easy eigentlich zu finden. Und der dritte befindet sich dann hier bei den Agenten. Dort müsst ihr einfach einmal auf Brutus klicken. Dann geht ihr hier rein und dann ist da rechts das dritte Chimichanga. Und dann habt ihr auch eine Belohnung und zwar das Up-Aus-Lamahorn-Spray-Motiv aus dem Deadpool-Set. Natürlich logischerweise. Ist auf jeden Fall ganz nice. Über die nächsten Wochen werden dann die weiteren Challenges kommen. Nächsten Freitag, wie gesagt, kommen die nächsten wieder. Und dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich würde mich natürlich riesig übernommen freuen. Schaut auch gerne auf meinem Twitch-Sanal vorbei und werdet kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und bis zum nächsten Video. Ciao.